In allen SICK-Anhängern ist das Sechskant-Gummifederungssystem von Alco verbaut. Durch die Einzelradaufhängung federt jedes Rad für sich. So wirken fahrbaren Unebenheiten nur auf der Seite, wo sie entstehen. Diese Federung sorgt für einen hohen Fahrkomfort und große Fahrsicherheit. Ein weiteres großes Plus ist, dass die Federung absolut wartungsfrei ist. Der Achsbock ist bei SICK auf 700 mm verlängert und jede Achse achtfach verschraubt. Das gibt Ihnen zusätzliche Sicherheitsreserven bei schweren Lasten, hohen Geschwindigkeiten oder schlechten Straßenverhältnissen. 100% made in Germany. 100% SICK. 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 SICK.